Ich fordere offiziell MontanaPleg88 heraus. Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PS4. Ich denke, du hast ne PS4. Ich will Vergeltung, was du meinem Freund angetan hast. Montana, äh, ähm, Agent 907 und an Wofor. Ich will ein 1 vs. 1 gegen dich. Wenn ich verliere, lösche ich meinen YouTube-Kanal, der junge Zocker, und alle meine anderen YouTube-Kanäle. Okay, das ist das Erste. So, wir haben gleich viel Leben, gleich viel Panzerung, und wir dürfen nur das Messer benutzen. Du stehst 10 Meter weit weg, ich stehe 10 Meter weit weg. So läuft die Geschichte. Wenn du mich als erstes killst, lösche ich alles. Wenn ich aber gewinne, MontanaPleg, löschest du deinen YouTube-Kanal und wirst nie wieder YouTube machen. So, das ist eine Herausforderung. Ich hoffe, du nimmst sie an. Wenn du ein Mann bist, dann tust du es. So, ich grüße nochmal lieber Nonnelite und alle 7.825 Kleinmitglieder von den Zombie-Cowboys International. Perfekt, big, alter, big. Wir sind big, wir sind big und aggressiv. Yes, also YouTube Gamescom sagt ciao und ich hoffe, die Herausforderung nimmst du an. Ihr dürft dieses Video offiziell auf euren Kanal hochladen. Ladet es hoch, kopiert es runter, ladet es auf euren Kanal, ihr habt die offizielle Erlaubnis. Ihr dürft sogar Werbung auf das Video schalten, wenn ihr Bock drauf habt, aber mir ist das alles egal. Haut rein, bis dann. Ciao. Ich warte auf eine Antwort.